When I leave my window! Jenseits von Mythos und Mystifizierung, jenseits von Begehrlichkeit und Verwünschungen, jenseits von Gut und Böse, zeigt Cannabis endlich sein wahres Gesicht. Alles, was sie schon immer über den Hanf und sein Derivat, das haschisch wissen wollten, unter anderem auch Marihuana, Gras, Shit oder Ganja genannt. Heute Abend erfahren Sie alles über diese magische und skandalöse Pflanze. Rangloh! Vorschriften, Heilkunde, Rock'n'Roll und Fiktion, hier ist die wahre Geschichte über Cannabis-Sativa.